Willkommen zur Schaltalgebra und das Zitat, das ich mir hier ausgesucht habe, ist kein Zufall. Ich habe mich für das klassische Paradebeispiel einer Glühbirne entschieden. Wenn ihr in eurer, wo ihr auch immer seid, werdet ihr irgendwo ein Licht haben und ich kann über dieses Licht genau eine Aussage machen, die wahr oder falsch ist, nämlich das Licht ist an oder das Licht ist aus. Mathematisch könnte ich diese Aussagen auch als 1 oder 0 darstellen. Fügen wir nun eine weitere Aussage hinzu, die Sonne scheint bei euch, dann kann ich diese beiden Aussagen miteinander verknüpfen. Zum Beispiel mit einem Oder-Operator. Wenn ich also sage, dass A oder B wahr ist, dann muss entweder die Sonne scheinen, das Licht ist bei euch an oder ist es beides der Fall. Dann ist diese Aussage wahr. Wenn keins von beiden zutrifft, dann ist diese Aussage falsch. Dasselbe gilt für Und, das ist ein anderer Operator. Der Und-Operator würde dann diese beiden Aussagen miteinander multiplizieren, denke ich mir gerne. Weil hier bei Oder hätte man schon 0 plus 0 ist 0, 0 plus 1 ist 1, 1 plus 0 ist 1. Das verwirrt jetzt vielleicht, aber man muss bedenken in der Aussagenlogik, haben wir nur 0 oder 1. Wir haben keine anderen Zahlen, aber wir werden trotzdem addieren und multiplizieren. Und das Addieren repräsentiert dabei eine Oder-Verknüpfung. Und die Multiplikation repräsentiert dabei eine Unverknüpfung. Und dabei handelt es sich eben um zwei der vier logischen Grundschaltungen. Die anderen beiden sind dann die Negation, also dabei drehen wir einfach eine Variable oder eine Aussage um. So wie die exklusive Oder-Verknüpfung. Nicht zu verwechseln mit der Nicht-Oder-Verknüpfung. Ja, abgekürzt NOR. Das ist nicht gemeint, sondern XOR. X-O-R. Gerne abgekürzt. Entweder Oder, exklusives Oder. Seht ihr gleich. Und zwar die Negation von X1, was gerade noch A war. Aber ob es jetzt X1 oder A die Aussage benannt wird, spielt keine Rolle. Und das exklusive Oder ist halt nur wahr, wenn entweder das eine oder das andere wahr ist. Und wenn beide wahr sind, das ist der Fall ist ausgeschlossen. Mathematisch kann man diese Zeichen unterschiedlich darstellen. Das eine wird gerne bei Mengen verwendet, das andere gerne bei Aussagen. Ich verwende einfach immer gerne das Plus. Das Plus macht für mich einfach am meisten Sinn, genauso wie das Mal. Das Mal kann man dann auch weglassen, wenn man sich sicher ist, was die Aussagen sind. Wenn man das vorher festgelegt hat, kann man den Malpunkt auch weglassen. Ansonsten könnte man hier vielleicht fälschlicherweise beim logischen und beim letzten Beispiel rechts die Aussage AB meinen. Das muss vorher einfach festgelegt sein. Dann ist das auch kein Problem in der Schreibweise. Die Negation stelle ich am liebsten mit einem Strich über dem jeweiligen Bereich, den ich negiere da. Denn die anderen erfordern eine Klammerung meistens. Vor allem, wenn es sich halt nicht nur um eine Variable handelt, sondern um einen ganzen Ausdruck. Und so ein Strich ist dann immer zu bevorzugen. Man hat dann auch Fälle, wo es mehrfache Negationen gibt. Und wenn man dann fünf Klammern für eine fünffache Negation macht, was jetzt nicht sehr häufig auftritt, aber möglich wäre, das ist viel unübersichtlicher, als wenn ich dann fünf Striche habe. Einfach um diese Negationen anzuzeigen. Und das logisch exklusive Oder kann man eben mit einem Plus, mit einem Kringel drum darstellen. In der Schaltalgebra finden wir die üblichen Rechengesetze in ihrer Originalform wieder. Die kann man fast eins zu eins kopieren. Man muss es halt nur in Aussagen umändern. Und hier ist die Tabelle von vorhin nochmal dargestellt, aber jetzt eben nicht mehr ausgeschrieben, sondern mit Operatoren. Und dadurch lässt sich das schon viel übersichtlicher lesen, wobei hier orange mit dem Strich ist jetzt nicht so perfekt zu lesen. Gebe ich zu. Hier unten wäre ein Link, das kommt auch nochmal am Ende zu einem Programm, um Schaltpläne zu zeichnen, denn um Schaltfunktionen geht es ja. Hier geht es um A, ist eine Primzahl ohne 1. Also alle Primzahlen ohne 1. Ne, die waren noch nicht aktuell. Hier sind wir jetzt richtig. Also man soll einen möglichst effizienten Schaltplan zeichnen. Wir könnten jetzt einen Schaltplan zeichnen, indem wir uns jeweils die einzelnen Fälle hier anschauen, wo unsere Aussage zutrifft. Und jeden dieser Fälle tun wir dann als Darstellen, indem wir die Eingangsvariablen als Produkt verknüpfen. Und das würden wir für alle Fälle machen, indem unsere Aussage A wahr sein soll. Also genau in diesen Fällen. Dabei wären die ersten x hier unsere Eingangsvariablen. Und wenn ihr genau hinschaut, erkennt ihr auch, dass es sich dabei um binäre Darstellung von Zahlen handelt. So kann man sich gut halt 15 verschiedene Fälle darstellen. Je nachdem, was für ein Problem man hat, braucht man halt verschiedene Fälle. Und dann kann man da entsprechend einer binären Zahl sich auch in viele Fälle holen, indem man dem Exponenten entsprechend viele Variablen verwendet. Das ist jetzt vielleicht etwas viel, aber wenn man sich das denkt, ist das viel leichter zu verstehen, als wenn man probiert, mir zuzuhören dabei, wenn ich versuche, es zu erklären gerade. Und wir verknüpfen jetzt einfach alle diese Terme, diese Produktterme hier mit einem Plus. Und dann hätten wir eine Schaltfunktion, die unsere Schaltung darstellt, die dann nur in diesen Fällen 1 ergibt und in allen anderen Fällen 0. Das könnten wir jetzt in einen Schaltplan übertragen. Da sieht man dann links unsere Eingangsvariablen. Hier haben wir unsere Produkte sozusagen mit einer Und-Verknüpfung, die halt vier Eingangsvariablen nimmt. Und am Ende verknüpfen wir alle diese Und-Variablen mit einer Oder-Verknüpfung. Diese Oder-Verknüpfung repräsentiert dabei dann jedes Pluszeichen hier. Und am Ende leuchtet dann je nachdem, ob die Aussage wahr oder falsch ist, ein Lämpchen. So würde das dann aussehen, wenn es verbunden ist. Diese Schaltung funktioniert, löst unser Problem, jedoch ist sie leider nicht sehr effizient. Wie können wir so eine Schaltung nun effizienter gestalten? Dazu hilft uns das KV-Diagramm. Bei diesem KV-Diagramm tragen wir unsere Variablen hier ein. Wir machen uns hier eine Art Raster mit unseren Eingangsvariablen. Ich notiere mir dafür hier die Zahlen 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Dann sage ich, okay, das hier oben sind meine ersten beiden Eingangsvariablen, x1 und x2. Dann ist hier jeweils x1 wahr und hier ist x2 wahr. Und selbes Spiel hier. Hier wäre x3 wahr. Und hier x4. Und jetzt zum Beispiel dieser Fall hier 0, 0, 0, 0, 0, in dem die Aussage 0 ist, ist hier 0. Aber ich trage jetzt nicht alle 0er und 1er eingetragen haben, aber ich mache jetzt nicht alle Zeilen. Ich suche mir am besten das raus, was seltener vorkommt, in dem Fall die 1er. Trage nur die 1er ein und dann tue ich die restlichen Felder einfach mit einer 0 auffüllen. Also nehmen wir als erstes den hier. Dann habe ich 0, 0, 1, 0. Das wäre der hier. Und der nächste ist 0, 0, 1, 1. Das wäre der hier. Und dann haben wir den auch schon erledigt. Dann kommt als nächstes der. Der ist 0, 1, 1, 1. Der hier ist 0, 1, 1, 1. Der gerade eben war 0, 1, 0, 1. Da kann man sich leicht vertun. Da gehen ganz schnell Abschreibfehler. Da bin ich ein Spezialist für. 1, 0, 1, 1. Und dann haben wir noch 1, 1, 0, 1. Den hatte ich doch gerade. 1, 0, 1, 1. 1, 1, 0, 1. Zack hier. Und die restlichen Felder kann ich jetzt mit Nullen auffüllen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was bringt uns das? So noch gar nichts. Erst wenn wir jetzt die Kästchen zu möglichst wenig und großen Gruppen zusammenfassen, können wir damit unsere Schaltung vereinfachen. Ich kann daher diesen Bereich, nehme ich dann mit, das waren ja vorher zwei Punkte, die haben wir mit einer Summe aus zwei Produkten gerade noch dargestellt. Und die kann ich jetzt nur noch mit einem Term darstellen. Indem ich hier sehe, hier ist x2 auf jeden Fall wahr. Hier ist x4 auf jeden Fall wahr. Und x3 ist falsch. x1 spielt hier keine Rolle, weil das ist hier einmal 1 und hier einmal 0. Dafür, für diesen Block selbst, fällt das raus. Ich sage hier einfach nur x2. Das wäre dieser ganze Bereich. Mit x4, das wären nur noch diese vier. Und nicht x3, dann bleiben mir nur noch diese zwei Felder hier oben. Und ihr merkt schon, gerade hatte ich noch vier Felder. Eben wenn ich einen vierer Block darstelle, dann brauche ich dafür zwei Variablen hier. Wenn ich einen zweier Block darstelle, brauche ich drei Variablen. Und wenn ich hier sogar einen achter Block zusammenfassen würde, dann könnte mir dazu auch nur eine Variable oder reicht mir in jedem Fall eine Variable. So, dann nehmen wir als erstes diesen Block. Ich markiere den mal mit einer römischen 1. Und dann sagen wir, hier ist x2 wahr, x3 ist falsch und x4 ist wahr. Unser nächster Bereich könnte dann zum Beispiel der hier sein oder der hier. Aber wie, was machen wir mit dem? Nun, wir haben auch die Möglichkeit, solche Felder über den Rand hinaus zu machen. Und das mache ich jetzt gleich mit dem hier. Und dadurch habe ich hier den Bereich x1, spielt wieder keine Rolle. Ich sage daher, das hier ist römisch 2. Und das ist x2 ist falsch hier. Ja, das ist nämlich nicht hier in dem Bereich ist es, aber x4 war und x3 ist wahr. Und dann brauche ich noch diese zwei Einser. Diagonal geht nicht, das geht nur nach links und rechts. Und da brauche ich dann zwei Felder. Kann ich jetzt so machen und so machen. Und ich markiere da jetzt keine römischen Zahlen mehr. Und das hier wäre dann nicht x1 mal x3 mal x4. Und der Bereich hier wäre nicht x2, nicht x1 und x3. Damit habe ich jetzt meine Schaltung verkürzt. Wir hatten gerade hier links noch viel mehr Terme, als wir jetzt rechts haben. Wir haben jetzt unsere Schaltung mit nur noch vier Termen dargestellt. Und mit diesen vier Termen lässt es sich dann einen viel besseren und effizienteren Schaltplan zeichnen. Der schaut dann so aus. Viel besser zu lesen. Und somit hat uns das KV-Diagramm geholfen, eine effiziente Schaltfunktion zu finden. Weitere Themen in der Schaltalgebra sind dann die Implikation und die Äquivalenz noch. Und das Auflösen dieser in algebraischer Form. Die DNF und KNF haben wir schon zur Hälfte behandelt. Sollte man sich aber dennoch genau anschauen. Auch wie man das eine in das andere umwandelt. Was nicht besonders kompliziert ist. Die Morgansche Regeln kriegt man dabei unterwegs auch irgendwo mit auf den Weg gegeben. Und Flipflops sind dann noch ein gutes Kapitel für sich. Ihr habt bei mir Schaltpläne gesehen. Das waren auch Schaltungen, die kann man anklicken. Und die funktionieren. Und dafür würde ich euch zwei verschiedene Programme empfehlen. Das eine ist Logisim und das andere ist Logic Circuit. Beide funktionieren auf jeden Fall auf PC Windows. Das eine ist Logisim und das eine ist Logisim und das eine ist Logisim und das eine ist. Das eine ist Logisim und das eine ist Logisim und das eine ist Logisim.